Mit dem Namen Allahs, des allumfassend liebenden Barmherzigen, des ewig liebenden Erbarmers. Der Literat Mustafa Ar-Rifa'i schrieb einst Den Arabern gehörte fürwahr ein Reich der Sprache, welches ohne König verweilte, bis der Koran zu ihnen kam. Dies, weil die gesamte Genialität und Raffinesse der Araber und ihr gesamter Stolz in ihrer Dichtkunst und ihrer Sprachgewandtheit lagen. Und trotz und gerade wegen ihrer Meisterhaftigkeit kommt nun der Koran von einem Analphabeten verlesen und perfektioniert diese Sprachkunst so sehr, dass selbst seine erbittertsten Feinde widerstandslos kapitulierten. Auch weil der Koran sich ihrer bildhaften Sprache bedient, um selbst seine Wahrheit zu verkünden. Als Beispiel dient uns die folgende Ära. Man kana yuridu la'izzata falillahi la'izzatu jamia In dieser Ayah sehen wir eine Ausdrucksweise, die den Arabern aus ihrer Sprachkunst bekannt war. Nämlich einen Konditionalsatz, wo die Antwort aber entfällt und eine Tatsache verkündet wird. Eigentlich müsste es also heißen, wer beständig die Ehre anstrebt, so soll er dies und jenes tun. Heißt es aber nicht, sondern es folgt die Tatsache, so gehört Allah all die Ehre. Dieses Mittel verwendeten die Araber in ihrer altarabischen Prosa, um dem gegenüber einen Trugschluss, einen Fehler in seiner Annahme aufzuzeigen. Und hier ist es eine Antwort auf die Politeisten von Quraysh. Nämlich in meinen Worten, wer beständig die Ehre anstrebt, Klammer auf, so muss er sie bei Allah ersuchen und nicht etwa bei eurer Götzenanbetung, denn er wird sie hier nie erreichen, denn, Klammer zu, so gehört Allah all die Ehre. Der Präzedenzfall, das entsprechende Beispiel aus der arabischen Prosa war, als ein Dichter sprach, Wer sich über die Ermordung von Malik erfreut, so soll er unsere Frauen zum Tagesanbruch besuchen. Trauernd und kummervoll wird er sie vorfinden, in der Nacht vor der Morgendämmerung. Zum Hintergrund, wenn in der vorislamischen Zeit ein Mord stattfand, so fingen die Frauen des Stammes nicht eher an, um den Ermordeten zu weinen, bis Wiedervergeltung und Rache stattgefunden haben. Dies war ein ungeschriebenes Gesetz. Nun fingen im Fall von Malik die Frauen bereits vor dem Ereignen der Vergeltung an, zu trauern und zu weinen, weil Malik so geliebt und beliebt war, dass die Rache an seinen Mördern eine definitive abgeschlossene Sache war. Das vorzeitige Weinen der Frauen ist also ein Zeichen, dass der Tod des Mörders nicht abzuwenden ist. Es heißt also ausführlich, Wer sich über die Ermordung von Malik erfreut, so soll er sich nicht an seiner Freude vergnügen und nicht annehmen, dass er sein Ziel erreicht hätte, denn, so soll er unsere Frauen zum Tagesanbruch besuchen und daran erkennen, dass die Rache praktisch vollzogen war. Wir kommen nun wieder zurück zu Erya mit der Kenntnis von diesem sprachlichen Hintergrund und sehen, wie dieses Stilmittel vom Qodayn aufgegriffen wird, um eine definitive, abgeschlossene, unveränderliche Tatsache auszudrücken, nämlich, so gehört Allah all die Ehre. Ein zweiter Aspekt, der hier sehr wichtig ist, ist die Fülle der Bedeutungen und Bedeutungsebenen, die in den wenigsten Worten beinhaltet wird. Das ist ein Charakteristikum, das wir durchgehend in jeder Erya im Qur'an vorfinden. Und das ist eines der vielen Dinge, wo der Qur'an unnachahmlich ist. Bereits bei den Arabern war es wichtig, so wenig Worte wie möglich zum Ausdrücken von etwas zu verwenden, weil viele Worte auf eines von zwei Dingen hindeuten. Entweder war der Sprecher der Prägnanz und Kürze unfähig oder die Audienz, die Angesprochenen, waren kognitiv nicht fähig, aus wenigen Worten viel zu verstehen. Gleichzeitig durfte man nicht so wenig sagen, dass der Inhalt mangelhaft und brüchig wird. Diese Sprachphilosophie setzt der Qur'an unnachahmlich in jedem seiner Eryaht und Sätze um, das trotz der wenigen Worte immer verständlich ist, was er sagt und nie ein Wort zu viel ist, aber zugleich unfassbar tiefe Bedeutungsebenen in ihnen enthalten sind. Auf die Erya bezogen, wer beständig die Eiser anstrebt. Eiser stammt ethno-logisch von der Eigenschaft der Erde so fest und massiv und unüberwindbar zu sein, dass selbst das Fluggerät daran kaputt geht. Und übertragen auf Personen bedeutet das nun Ehre, aber auch Unbezwingbarkeit und Macht und Erhabenheit. Wer also all dies anstrebt und sich wünscht, Klammer auf, der wird sie niemals bei etwas und durch etwas erreichen. Und hier ist alles enthalten, bei dem sich Menschen Ehre und Macht erhoffen, nämlich Rang, Geld, Familie, Ansehen etc. etc. Außer bei Allah, und hier ist wiederum alles enthalten, wodurch man Allahs Zufriedenheit erlangt, an Anbetung, Hingabe, Demut, Liebe usw. usf. Klammer zu, so gehört all die Ehre Allah. Das alles, was zwischen den Klammern war, wird impliziert durch den Wegfall der Worte. Indem der Koran weniger sagt, sagt er dadurch quasi viel mehr aus. Und Ferdillahi l'ayzatu jamia, die letzten drei Worte, diese drei Worte sind so angeordnet und haben eine solche morphologische, also äußere Form, dass sie dreifach unterschiedlich betonen und unterstreichen, dass die gesamte und absolute Heizah, also Ehre, Macht und Unbezwingbarkeit, nur Allah gehören und damit, dass jede andere Heizah immer genär ist, nur ein Trugbild, wie eine Fata Morgana. Auf den Punkt gebracht, wird also deutlich, wie der Koran als Allahs Wort die Kunst der arabischen Sprache unnachahmlich perfektioniert hat und die Arab mit ihren eigenen Waffen geschlagen hat und deshalb der König dieser Sprache wurde. Allah sagt uns in dieser edlen Ehrie, dass unser Streben nach Ehre, Würde, Stolz und diese Dinge sind noble Dinge, dies kann nur bei Allah und durch Allahs Zufriedenheit erlangen und erreicht werden. Die Annahme, dass unsere Bindung an Allah und das Befolgen seiner Regeln und Prinzipien uns unsere Stellung oder Position oder Würde kosten, ist nur ein Trugschluss, denn allein Allah gehört die gesamte Ehre und niemand kann uns diese geben oder vermachen, außer er selbst. Wie einige Gelehrte es ausdrückten, die Menschen ersuchen die Ehre bei den Toren der Könige und finden sie nirgendwo, außer durch den Gehorsam gegenüber Allah.